Wir schauen uns heute die aggressiven geschäftlichen Handlungen nach § 4a UWG an und in unserem großen Schema sind wir immer noch bei der Unzulässigkeit und diesmal hier beim § 3a UWG in Verbindung mit 4a UWG. Auch hier wieder das Schema besteht aus drei Prüfungspunkten. Einmal brauchen wir ein verpöntes Mittel, was im § 4a genannt ist. Dann brauchen wir die Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit und dann brauchen wir die Relevanz, die wir auch schon kennen. In der Übersicht sind wir jetzt, ja eigentlich nur hier, aber ich mach mal einen großen Kreis oder ich hab einen großen Kreis gemacht, weil man kann den § 4a vom § 7, ja kaum trennen. Also man kann die natürlich trennen und wir werden auch uns gleich ansehen, wie man das macht. Allerdings müsst ihr immer diese beiden im Zusammenhang sehen. Das gilt sowohl bei den Verbrauchern als auch bei den sonstigen Marktteilnehmern. Allerdings müsst ihr natürlich bei den Verbrauchern hier noch die schwarze Liste beachten. Okay, kommen wir dann ganz kurz zu der schwarzen Liste. Hier müsst ihr einmal immer die Nummer 26 im Hinterkopf behalten und außerdem noch die Nummer 28 und die schauen wir uns jetzt an. Nummer 28, Kaufaufforderung an Kinder, die in eine Werbung einbezogene unmittelbare Aufforderung an Kinder, selbst die beworbene Ware zu erwerben oder die beworbene Dienstleistung in Anspruch zu nehmen oder ihre Eltern oder andere Erwachsene dazu zu veranlassen. Also wenn die Kinder auf die Eltern einwirken. Okay, diese Nummer 28 ist ziemlich relevant, weil sie ist ziemlich weit formuliert und es stellen sich auch ein paar Fragen bei dieser Nummer 28. Nämlich insgesamt drei Fragen. Die erste Frage ist, ja wer ist denn überhaupt Kind? Hier steht ja, an Kinder. Und hier kann man in einer Klausur natürlich argumentieren. Eine Ansicht sagt, alle unter 18 sind Kinder. Eine andere Ansicht sagt überzeugenderweise, dass man zwischen Kindern und Jugendlichen differenzieren muss und deswegen sind Kinder alle solche Menschen, die unter 14 Jahre alt sind und dann von 14 bis 18 sind es Jugendliche und danach sind es halt Erwachsene. Okay, auch hier wieder das Argument, die schwarze Liste ist restriktiv zu handhaben. Wir haben immer noch, wenn die schwarze Liste halt durchfällt, ist das überhaupt kein Genickbruch. Wir haben immer noch den Paragrafen 4a und den Paragrafen 7. Okay. Genau, und außerdem haben wir ja natürlich auch noch den Paragrafen 5. Also wenn, ja, irgendwas sich an Kinder richtet, sagen wir so Spielzeug, nehmen wir an so ein Teddybär oder sowas. Da ist natürlich dann der maßgebliche Verkehrskreis, den wir beim Paragrafen 5 UWG bestimmen müssen. Das sind die Kinder dann beim Verkehrskreis und da müssen wir aus Sicht dieses Verkehrskreises beurteilen, ob eine Irreführung vorliegt. Okay. Dann zweites Problem bei der Nummer 28 ist das folgende. Ist eine gezielte Ansprache von Kindern erforderlich? Genügt es, wenn Kinder mit angesprochen werden? Oder müssen die halt wirklich isoliert angesprochen werden? Und hier wird man wohl sagen müssen, dass wenn die Ansprache sich schwerpunktmäßig an Kinder richtet, dann liegt eine Ansprache im Sinne der Nummer 28 vor. Also, bei der Haribo-Werbung, wenn da steht, oder wenn da gesagt wird, besser gesagt, ähm, ja, super lecker Angebot, ähm, die Haribo-Goldbeeren mit neuer Rezeptur. Ah ja, da gab es doch mal diese Saft-Goldbeeren vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so. War das mal halt eine Erfindung in Anführungszeichen. Genau. Und diese Saft-Goldbeeren, die richten sich natürlich auch an Kinder. Aber nicht schwerpunktmäßig, sondern diese Haribo-Werbung, die würde sich, ja, in gleichen Teilen an Kinder und an Erwachsene richten. Wahrscheinlich sogar eher ein bisschen auf die, an die Erwachsenen, weil die kaufen ja letztendlich Sachen ein. Ja, kann man, kann man drüber streiten. Jedenfalls würde ich sagen, dass da Kinder nicht schwerpunktmäßig angesprochen werden. Ein Gegenbeispiel dazu wäre, äh, so, ja, Prinzessin, Cinderella, äh, Bettwäsche oder irgendwie sowas. Weil diese Prinzessin-Zinderella-Bettwäsche, die richtet sich natürlich schwerpunktmäßig an Kinder. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar Erwachsene, die, ähm, keine Ahnung, Disney-Fan sind oder so, aber schwerpunktmäßig da an Kinder. Und das würde dann ausreichen bei dieser Bettwäsche, würde dann eine Ansprache im Sinne der Nummer 28 vorliegen. Und das dritte und letzte Problem ist die unmittelbare Aufforderung. Und hier habe ich zwei Beispiele aus der Rechtsprechung. Einmal hier. Pimp deinen Charakter-Woche. Ist dein Charakter bereit für kommende Abenteuer und entsprechend gerüstet? Es warten tausende von Gefahren in der weiten Welt von Taborea auf dich und deinen Charakter. Ohne die entsprechende Vorbereitung kann die nächste Ecke im Dungeon der letzte Schritt gewesen sein. Diese Woche hast du erneut die Chance, deinen Charakter aufzumotzen. Schnapp dir die günstige Gelegenheit und verpasse deiner Rüstung und Waffen das gewisse Etwas. Von Montag, 20.04. bis Freitag hast du die Chance, deinen Charakter aufzuwerten. Also hier für ein Videospiel, das hier ist ganz klar eine Aufforderung, ja, was zu kaufen. Hier pimpt dein Charakter, verbessere deine Rüstung und so weiter. Hier liegt unstreitig eine Aufforderung vor. Im Gegenzug dazu jetzt die Mediamarktwerbung. Bei der Mediamarktwerbung ging es darum, dass Schüler ihr Zeugnis zum Mediamarkt bringen können und für jede 1 gibt es 2 Euro und für jede 2 1 Euro Direktabzug für natürlich dann irgendein Produkt im Mediamarkt. Und diese Aktion ist keine unmittelbare Aufforderung, wie heißt es in der Nummer 28, eine unmittelbare Aufforderung, selbst die beworbene Ware zu erwerben, sondern das ist ja nur eine Aufforderung, einen Gutschein zu erwerben oder halt ein Guthaben, ja, zu bekommen beim Mediamarkt, aber keine unmittelbare Aufforderung, eine konkrete beworbene Ware zu erwerben und deswegen lag dann in diesem Fall die Nummer 28 nicht vor. Okay, kommen wir jetzt zum ersten Prüfungspunkt hier, nämlich dem verpönten Mittel nach § 4a UWG. Und hier möchte ich zunächst einmal erwähnen, dass wir bei der Bestimmung dieses verpönten Mittels müssen wir den § 4a Absatz 2 berücksichtigen und der sagt, dass wir auf die Dauer der Handlung schauen müssen, ob Beleidigungen verwendet werden, ob eine Unglückssituation ausgenutzt wird oder ob mit rechtlich unzulässigen Handlungen gedroht wird. Also das müssen wir alles beachten, um zu bestimmen, ob eine Belästigung, eine Nötigung oder eine unzulässige Beeinflussung vorliegt. Gut, das sind auch die drei verpönten Mittel und wir fangen an mit der Belästigung. Eine Belästigung ist jede geschäftliche Handlung, an der der Adressat ersichtlich nicht interessiert ist. Und ja, diese Definition solltet ihr kennen. Ja, wichtig ist mir hier, dass ihr bei der Belästigung, insbesondere bei der Belästigung, immer beachtet, dass ihr bei unserem Schema hier diesen Punkt B habt. Der ist wirklich wichtig bei der Belästigung. Okay, dann kommen wir zu der Nötigung. Und eine Nötigung ist jede ungerechtfertigte Androhung von Nachteilen einschließlich psychischer oder physischer Gewalt. Die berechtigte Durchsetzung einer Forderung ist keine Nötigung. Hier ein kleines Beispiel. Wenn man Kellogg's Cornflakes kauft, dann bekommt man Prämienpunkte. Zum Beispiel dann, um diese einzulösen für einen Badminton-Schläger. Diese Prämienpunkte sollten dann aber bei den Lehrern gesammelt werden. Also die Schüler haben diese Cornflakes gekauft und haben dafür Punkte erhalten und mussten dann diese Punkte oder sollten dann diese Punkte an den Lehrer abgeben. Und dann sammelt der Lehrer die Punkte. Und in diesem Fall liegt ganz klar eine Nötigung vor, weil hier wird Gruppenzwang aufgebaut. Stellt euch mal vor, eine Gruppe mit 25 Schülern und jetzt sammeln der A, die B, der C, die D und so weiter. Die sammeln Punkte und geben Punkte beim Lehrer ab. Und jetzt der X, Y und Z, die sammeln nicht Punkte. Und dann werden die von der Schulklasse ja ausgegrenzt. Die wären dann Außenseiter. Hey, alle sammeln, nur ihr nicht. Und hier wird also ein psychischer Zwang aufgebaut. Und deswegen, ja, liegt hier eine Nötigung nach § 4a UWG vor. Und der letzte Punkt, die unzulässige Beeinflussung. Da müsst ihr jetzt keine Definition kennen, weil in § 4a Absatz 1 Satz 3 ist das hier, glaube ich, ja, doch, ziemlich sicher, dass hier ist § 4a Absatz 1 Satz 3. Da ist die unzulässige Beeinflussung definiert. Und danach brauchen wir einmal eine Machtposition. Und diese Machtposition muss zur Ausübung von Druck ausgenutzt werden. Genau. Das sind die beiden Prüfungspunkte, die ihr bei der unzulässigen Beeinflussung beachten oder prüfen müsst. Und hier könnten wir uns fragen, ist die Mediamarkt-Zeugnisaktion-Werbung eine unzulässige Beeinflussung? Und hier, ja, stellt sich schon mal die Frage, besteht denn hier überhaupt eine Machtposition? Mh, ja, das richtet sich ja an Schüler. Also müssen wir natürlich hier wieder den 4a Absatz 2 beachten. Und deswegen müssen wir wohl vielleicht diese Machtposition hier bejahen. Allerdings, spätestens beim zweiten Punkt, müssen wir sagen, nein, diese Machtposition wird hier nicht ausgenutzt, um Druck auf die Schüler auszurichten, sondern es werden ja nur Vorteile in Aussicht gestellt. Nämlich, wenn ihr zu uns geht, dann bekommt ihr Geld. Das ist ja wirklich keine Ausübung von Druck. Wenn da irgendwie drin stünde, wenn ihr nicht euer Zeugnis vorzeigt, dann erhöhen wir euren Handy-Tarif um 5 Euro im Monat. Irgendwie sowas. Dann wäre das natürlich eine Ausnutzung zur Ausübung von Druck. Das liegt hier aber nicht vor. Und deswegen ist die Mediamarkt-Werbung keine unzulässige Beeinflussung. Gut, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Also, wir sind jetzt bei unserem Schema, bei dem zweiten Prüfungspunkt. Wir brauchen, wenn wir den Paragrafen 3.1 in Verbindung mit dem Paragrafen 4a prüfen, ein verpöntes Mittel. Diese drei Möglichkeiten sind wir gerade durchgegangen. Belästigung, Nötigung und unzulässige Beeinflussung. Und jetzt der zweite Prüfungspunkt. Und das ist die erhebliche Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit. Und hier an diesem Punkt unterscheidet sich der 4a von dem Paragrafen 7. Bei dem Paragrafen 4a, da geht es um diese Entscheidungsfreiheit. Es geht um das Treffen einer freien Entscheidung. Und diese wird beeinträchtigt, wenn die Fähigkeit des Abnehmers eingeschränkt wird, die Vor- und Nachteile seiner Entscheidung abzuwägen. Und das ist genau der Unterschied zum Paragrafen 7. Hier ein kleines Beispiel. A entdeckt an dem Scheibenwischer seines Autos einen Zettel mit der Aufschrift, wir kaufen ihr Auto. Diesen hat V angebracht. Über Nacht hat es geregnet, sodass A nun den Zettel von der Windschutzscheibe mühsam abkratzen muss. Weil ihn die ständige Werbemaßnahmen mittlerweile sehr verärgern, geht A zu seinem Anwalt, um ihn zu fragen, ob er hiergegen vorgehen kann. Und in diesem Fall, okay, fangen wir einfach mal an. Belästigt Paragraf 3.1 in Verbindung mit 4a UWG. Okay, erster Prüfungspunkt, ein verpöntes Mittel. Hier liegt eine Belästigung vor, weil eine geschäftliche Handlung vorliegt, nämlich Werbung, an der der Adressat ersichtlich nicht interessiert ist. Ja, also nur weil mein Auto da steht, habe ich noch kein Interesse daran, dass mir jemand so ein Werbeprospekt an den Scheibenwischer klebt und dass das dann auch noch so ätzend dann am nächsten Tag abzukratzen ist. Da habe ich ja überhaupt keine Lust drauf. Das ist eine Belästigung. Aber dann kommen wir beim Paragrafen 4a zu dem zweiten Prüfungspunkt, nämlich der Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit. Und hier liegt diese nicht vor, weil der A, der kann ja hier die Vor- und Nachteile seiner Entscheidung immer noch erkennen und gegeneinander abwägen. Der kann immer noch sagen, oh nee, mein Auto will ich noch überhaupt nicht verkaufen, das möchte ich behalten. Das kann der ja alles erkennen und deswegen liegt hier der Paragraf 4a nicht vor. Allerdings, dann kommen wir in einem zweiten Schritt zu der Prüfung von dem Paragrafen 7 UWG oder 7 Absatz 1 besser gesagt. Und den hier müssen wir dann wohl bejahen, sehen wir dann im nächsten Video. Allerdings, wie so häufig im UWG, fehlt es dann an der Aktivlegitimation. Besonders bei so nervigen Sachen, da könntet ihr eigentlich gegen vorgehen, wenn ihr nur die Aktivlegitimation hättet. Und hier ist der A ja kein Verbraucherverband oder sowas und auch natürlich kein Mitbewerber. Und deswegen kann er diesen Anspruch nicht geltend machen, obwohl er im Grunde nach besteht. Gut, deswegen hier das Verhältnis nochmal von 4a zu 7. 4a und 7 sind beide nebeneinander anwendbar. Wie eigentlich immer im Zivilrecht, Anspruchskonkurrenz. Man kann alles geltend machen. So, allerdings, der 4a hat einen anderen Schutzzweck als der Paragraf 7. Der Paragraf 7 schützt die Privatsphäre. Und der Paragraf 4a, der schützt die Entscheidungsfreiheit. Und deswegen, beispielsweise bei der Briefkastenwerbung, da schmeißt euch jemand Werbung in eurem Briefkasten, obwohl ihr da dran stehen habt, bitte keine Werbung. Das interessiert den Paragrafen 4a nicht, weil der Paragraf 4a, der schützt eure Entscheidungsfreiheit. Und ihr seid bei der Briefkastenwerbung, da steht keine Person vor euch und sagt, boah, hier, hier, kauft das, kauft das, kauft das. Sondern bei der Briefkastenwerbung, ihr öffnet den Briefkasten, sie seht halt, dass da Werbung drin liegt, könnt euch das ganz in Ruhe anschauen, könnt alle Vor- und Nachteile erkennen und gegeneinander abwägen und dann könnt ihr das in den Mülleimer werfen. Also, da wird überhaupt kein Druck erzeugt, da habt ihr immer noch die Entscheidungsfreiheit und deswegen ist bei der Briefkastenwerbung der Paragraf 4a eigentlich immer zu verneinen. Wenn natürlich ein Staubsaugerverkäufer bei euch an der Haustür klingelt und dann sagt, und dann klingelt, klingelt, klingelt und dann öffnet ihr die Tür und dann kommt der, hey, ich hab hier das beste Angebot und der macht so Zeitdruck und sowas, dann kommt der Paragraf 4a, ja, schon sehr in Betracht, weil da entsteht eine Drucksituation, er baut auch noch Zeitdruck auf, dann habt ihr nicht mehr die Zeit und auch nicht mehr so wirklich, ja, die Konzentration, eure Vor- und Nachteile, die Vor- und Nachteile der geschäftlichen Entscheidungen gegeneinander abzuwägen und dann ist der 4a bei dem Staubsaugervertreter erfüllt. Okay, bei der Relevanz, da kann ich echt nichts zu sagen, die kennt ihr jetzt schon und die wird natürlich bei dem Vorliegen eines verpönten Mittels, wird die indiziert. Perfekt. Und dann seht ihr hier die Kontrollfragen und das war's dann von dem heutigen Video. Beim nächsten Mal schauen wir uns den Paragrafen 7 an und der Paragraf 7 UWG wird super langweilig. Ich habe schon überhaupt keine Lust darauf, aber okay, wir müssen da durch. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, ihr könnt gerne ein Like da lassen, das hilft mir wirklich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann! Hmm. Vielen Dank.